hallo nein ich will nicht solo spielen hallo kannst du nein 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 hallo ich will ich will dieses spiel nicht spielen nein die wollen mich spiele sich nicht machen als unter 4 ist wohl die beste lösung hier und damit einen flauschigen teil wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren fortnite video von eurem fortnite profi des vertrauens und weil ich so ein krasser fortnite ak maincraft spieler bin habe ich für euch heute im badwurst modus ich glaube dass der modus ist zwar ich habe ihn schon mal gespielt ja würde ich jetzt weiterempfehlen nee stellt euch heute trotzdem vor ja schon wieder kein bock wenn man sich das hier ansehen da hat man doch nur bock auf diesen modus also die auf die game rules tun wir komplett ach so das ist mit privates match gemeint euer fortnite profi des vertrauens ja und weil der modus so cool ist fangen wir direkt schon an das ist sehr komisch jetzt nicht möglich ja dann wirst du es möglich machen frechheit ich bin natürlich ein super cooler ninja weil ich halt euer profi bin wo gehen wir denn zuerst hin warum machen wir den einfach mal alle ach so ja und wie oft man das bett kaputt haben muss ich habe keine ahnung so eine goldene pump ich bin einfach der beste hoffentlich braucht sich der gegner nicht zu mir weil sonst bin ich aber schön wie hier so realistische helikopter umfliegen das hat man doch gern so 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 da kommt ein gegner dann würde ich dem einfach mal oder was war das was ist das hallo ich habe keine ahnung auch wenn gegner hier das habe ich halt nicht gehabt wohl das schon die beste runde war die ich bis jetzt habe hatte es gibt hier auch hier gibt es metall nehme ich einfach mehr mit da gibt es auch noch ein bett fantastisch niemals vor hause wunderbar ich hoffe es immer noch niemand bei mir sehr gut man ich bin einfach zu wild es gibt es nicht alles irgendwie nur dreck gefühlt oder gleich mal hin sagt mal wir sind ja nur zu dritt was denn das für eine lame runde klärt vielleicht warum ich so gut bin äh hallo ich sehe dich trotzdem auch wenn du es nicht ach so ne doch wollte die also ich wollte gerade dem boden und hat ihr zerstören wo ich sie hin aber sie hat meine goldene pump fliegen lassen geil sie zurück warum habe ich keine money mehr moment mal ich lege meine goldene pump hier ab ich verstehe gerade nicht die taktik und ihr ihm werben auch immer sie geht gerade shoppen was ist denn mit den leuten hier los aber ok da nehme ich das hat alles mit wenn sie so will wenn die mir schon die chance zum gewinn gibt dann nehme ich die natürlich auch ich hatte diese nachladezeit von dem pump auch neu also ok ja ich sag mal so in minecraft hat man das normalerweise nicht deswegen bin ich da noch ein bisschen und talentiert aber so das sollte auch passen und dann mache ich sie einfach fertig hier kann man sich leider keine besseren spitzhacken kaufen aber guckt schon wieder so sind wir die einzigen ja das heißt ich muss jetzt gehen keine ahnung wie spielen gegen muscle david so unwahrscheinlich der einfach das beste internet der welt hat ich spiele schon seit anfang an fordart und ich weiß immer noch nicht wie man das material wechselt weil ich es nie eingestellt habe bin ich ein kunde oder bin ich ein kunde ich sollte in die champions league gehen ich bin der allerbeste habe ich gerade bemerkt oh man bist du krass so und jetzt rein da nein nicht nachladen willst du mich veräppeln nein kann ich mir nicht kann mir noch nicht zwei holen aber ich kann mir einen holen mit einer willst du mich verarschen und ich kann keine muni kaufen dafür hat sie mir ein paar nette spielzeuge mitgebracht so sie ist noch nicht zu mir gekommen dass sie lol sie hatte so ein ball chill chill ich will nicht mehr einmal noch einmal tue ich mich noch an und dann ich will diese 20 minuten meines lebens zurück und dass sie nicht indem ich schwimmen gehe jetzt weiß ich was deren plan war wo ist sie wo sie wenn sie jetzt gewonnen hätte dann hätte ich dann wäre ich echt ausgeflippt nie zurück zur lobby ich will überhaupt nichts mehr mit diesem modus zu tun haben wenn ihr auch nichts mit diesem modus zu tun haben wollt ja gut jetzt habe ich alles hier weg gemacht lasst gerne eine positive bewertung da abonnieren block aktivieren der kurz zu dieser schrecklichen map ist auf jeden fall in der beschreibung damit hier sehen können welchen code die auf keinen fall einsetzen dürfte wir sehen uns beim nächsten video haut rein und schauen leute ich will nicht mehr